eine neue map wo man ist die kleinen wenn das zu der eine raum ist ich gehe normal die schmerbe schön ja aber wie erinnert man das jetzt gehe ganz normal Ja, wenn ich B drücke, gehe ich ganz normal. Hier sind zwar ein paar Errors hier irgendwie, aber... Ja, da sollten die Büschen sein, glaube ich. Ja, ich glaube auch, da sind Büschen. Ja, bei mir sind alle super. Bei mir sind alle super. Sorry, hier gehts nicht rein. Error! 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 Juhu, ich bin draußen in der Freiheit! So Leute, wir bringen jetzt ganz schnell Turme um und dann warten wir mal was gesehen. Hä, das ist immer noch. Ich bin jetzt schon wieder drin. Wann bin ich so langsam? Bist du nur so schnell wie Matze? Nein, wenn ich weh stehe, gehe ich. Ach, die ist das! Ah, die wollte ich schon immer mal schwimmen. Okay, doch, ich seh auch etwas. Naja, statt der Büschel, ne? Wenn eine Eiltaste hängt. Stimmt, alle Dome, ja. Stimmt. Hab ich recht gehabt? Ja. Warum hängt die Eiltaste? Weil du alt wirst. 25 ist ne Alter. So Leute, einmal ein Mitzleitslager bitte. Vierteljahrhundert, ne? Du bist doch noch der Viertelmann. Hei, ich würde doch nicht hochgehen, Zidek. Warum nicht? Matze Alex. Oh, ich werd' beschossen. Welcher Pimmelfickeril war das? Pimmelfickeril. Matze! Matze sagt bestimmt. Ich hab' schon auch Matze. So, Harnröhrenstifte, ne? Wat? Aaaaah! Oh mein Gott! Dann schieben sich Leute beim Wechseln Harnröhrenstifte. Können wir ein Dir machen? Die mit meinen Tauben frei? Hallo, wer hat denn hier den ganzen Tag die Granaten? Was ist denn jetzt das für eine andere Musik? Die hab' ich angemacht, es gibt ein Radio. Oh mein Gott! Was war das? Warten! Hab' ich ja gesagt, ich. War das ne Granate? Hey! Er steht auf dem Dach und schießt. Krümel! Was? Okay. Komm da runter! Okay, Krümel ist es. Er hat ja gerade auf Dings geschossen, auf Zidek. Ja, nee, hab' ich nicht. Ich habe nur daneben geschossen. Matze? Ich hab' nur daneben geschossen, das war bestimmt aber nicht ab. Wow. Okay. Okay, hier liegt jemand. Matze. Und Krümel interessiert sich dafür nicht, wollte ich nur was so sagen? Ich seh' den noch gar nicht, ich versuch' den doch zu sehen. Ja, deswegen gehst du auf die Mitte des Dachs, wo du nicht runtergucken kannst. Was ist der denn? Was ist der denn nicht? Komm raus. Kerze! Ey! War das doch keine Taube in der Pfote. Was, ich hatte ne Taube? Nein, ich hatte ne Spruch. Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Tauben in der Pfote, Alter. Siehst du? Also, ich bin kein Tee. Kerze! Komm her! Kerze ist tot. Moin, es gibt's auch noch. Ja, ich war ja die ganze Zeit bei Domi. Kann das noch sein. Nee, 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 nee. Natürlich! Also, ich bin confirmed. Hier liegen Leichen. Ich bin confirmed. Vorsicht! Hab' ich. Nice. Auf einmal kehrt sie dauernd, wo ich ihn verfolgen will. Ich glaub' ich sah wirklich eins. Es sah eins zu eins von mir aus, so aus den Freitotops bezogen besser. Nee, nee, ich sah noch einen Tod. Du hast irgendwas in der Hand geheißen, so nach dem Motto Radio. Ja. Komm her. Hörst du's? Oh, ich hör' nichts. Du, 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 du. Katina Band. Katina. Ja, ja, ja. Ich hab' vorhin die ganze Zeit gehört. Weißt du nicht, woher ich... Ich hör' nichts. Oh, du hast Tio! Ich weiß nicht, woher ich das kenne. Ich weiß nicht, woher ich das kenne. Das ist die Katina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spiel den Song nochmal! Im ersten Moment musste ich an Toy Story denken, aber ich weiß nicht, woher ich diesen Song kenne. Aus YouTube oder aus YouTube. Spiel den gleichen Song nochmal! Family Guy guck ich nicht. Family Guy ist cool. Family Guy. Mach's im Ampfer, folgst du nicht? Spiel mal, bitte. Ah, okay. Also... Ich komm' ich dadurch durch. Ne. Ja, spiel den gleichen Song nochmal. Ist nochmal? Nochmal, hier, warte. Save my life. Warte, warte. Dome ist es. Hä? Ich hab' gar nichts gemacht. Bist du irgendwie... ...behämmert? Ja, aber warum war ich das? Ich hab' doch eine Idee, Alter. Yes, Erklärung! Bei mir! Das ist bestimmt mal so, wie so eine Granate ist, ne? Hallo, hier. Wie schießt du nochmal mit der Diegel? Ne, warte. Bestimmt unter mir ist ein Pass oder so. Keine Ahnung. Keine Fesse auf dem Amp. Nur was hoch, by the way. Alter, weißt du... Ich... Ich soll mit der Diegel schießen, mach' ich. Weißt du und ich krieg' erst mal... Warum holst du mich? Ich will weiter hoch, hier. Okay. Das Radio ist ein Traitor-Bombe-Bombe scheinbar. Wat? Ich hab' gerade so geschrien und dann ist was explodiert. So wie bei der Map... Hi. Cut. Hi. Aber... Wo man auch denn die... Das Radio hochjagen kann. Die Frage ist nur, da ist einer gefallen gestorben? Gefallen gestorben. Gefallen gestorben. Gefallen gestorben. Einer ist unten drin. Hm, ich finde. Hm. Was war das? Noch nix? Ja. Okay. Hier liegt ein Bumerang. Ich bin der Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bumerang. Ich hab'n Bumerang aufgehoben, also bitte nicht schießen, wenn ihr mich seht. Ich hab'n Bumerang aufgehoben. Okay, Krümel erschießen. Oh! Oh! Geh weg. Geh weg mit Bumerang. Geh auch weg. Ah! Okay, es ist I Rush You Down. Okay, du kleine Rappte. Wo ist er? Er ist da reingegangen. Wo rein? Wo rein? Wo rein? Komplett fuhl, nur rein. Nein. Hehehehe. Ich h-he-he. Ich h-he. Ich h-he. Ich h-he. Ich h-he. Ich h-he. Ich h-he. Sorry, aber ich wusste nicht, dass die Krümelbombe in den Skierhand ist. Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich habe nur gemerkt, dass das Ding blieb. Das Lustige ist, ich habe schon vorher einmal auf sie geschossen und dann ist sie nicht hochgegangen. Das war richtig cool. Nein, ja, aber du warst lange am Leben, deswegen hat er es irgendwie nicht getrunken. So, ja, der hat einen fehlschuss oder so. Krümel, du hast gefragt, was die Krümelbombe sagt, die ganze Zeit. Krümelbombe ist auf Palamogodes. Ich dachte, wir müssen Konad X ja noch spielen. Waladoheres. Herpes. Nice, sehr schön. Schön, dass wir da wohl. Walamogherpes. Eine Runde rutschen, wer will mit... Nein. Ich wollte eine Runde rutschen, aber... Wenn ich sterbe, ist Matze. Ich wollte rutschen, aber es geht nicht, weil keine Rutsche ist. Matze ist es, glaube ich, eh, oder? Kerze? Ich habe Domi stronifiziert. Meine Gummipuppe. Mann. 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 Matze, du Leiche, Matze. Was, Matze? Was, Matze? Was bringt die dumm? Ich will die gerade echt, ob ich jetzt einfach Matze erschieße, weil er den Arten mit dem Kerl vergewaltigen will. Er hat ja gesagt, dass es seine Gummipuppe war, also. Lieber widerlich, als lieber nicht. Loch ist Loch. Genau. Auch wenn es keine Körpertemperatur gibt. Ach, muss es sein und nein, muss es schreien. Okay. Was? Was? Matze, was passt du da? Nein, Matze? Nein. Okay, you're ready for my cock. Zu jung. Mann, eine vernünftige Waffe hier. Der aktiviert hier ständig was. Matze hat ein Traum auf dem Dach. Wer hat was denn in der Baute? Was macht ihr hier? Ich höre nur Türen. Links, rechts, raus. Da hat jemand noch nicht geschossen. Manns hat ihn gerade unten geschossen, aber nicht auf dich. Auf mich? Doch. Nein. Was ist das? Mornex? Hm? Die Tür geht nicht auf. Nein, nur das. Das ist bei dir. Sadek! Ohli! 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 Ich hab den gerade nicht heiß gesagt, der war Traitor. Matze! Matze! Matze ist bei mir! Ja. Und du bist tot. Okay. Also. Ja, wer? Ich bin hier immer noch in diesen Cafeteria gekommen. Ich häng hier fest. Ohli! Ich hab Legs. Legs ohne Ende grad. Ja dann kurz schnell bleiben. Ah, jetzt gehts grad wieder. Jetzt wieder nicht. Jetzt ist gefordert worden. Ja. Das ist schlimm, gar mit den Legs. Was ist das, was ist das? Mornex legt. Alter, Mornex und Legs sind wie kackig. Ja, ich sag ja, das legt grad. Keine Ahnung. Oh! Hallo! Ah, jetzt. Ruhst du jetzt langsam. Krümel? Ja. Oh, da ist was. Explodiert. Ja. Mornex. Ohli! Wenn ich sterbe es mitze. Wenn ich sterbe es mitze. Ja, haben wir dann verstanden. Ich wett nicht. Oh! Oh! Wer war da am Fenster? Das war ich. Oh! Verpiss dich! Du warst doch eben grad unten geworden. Bist du wieder oben? Hä? Ich bin die ganze Zeit hier. Hä? Ich hab grad gefragt, wer am Fenster war jetzt. Hast du Kerze? Haben wir Kerze schon? Warte mal. Ich hab Kerze confirmed. Achso, okay. Ich muss grad sagen. Gut. Die Frage ist. Wenn Mornex Traitor ist. Eventuell. Wie soll man den erschießen, Alter? Wieso meinst du? Der legt ja wie... Ja, ich bin ja kein Traitor. Ich brauchte mich ja nicht erschießen. Und wenn ich Traitor bin, wie soll ich jemand anders erschießen, wenn er zu lenkt? Das ist wahr. Ja, aber derjenige, der nur einen Ping hat, der das ist irgendwie einfacher als wenn man... Schleichst du so immer. Kannst du das noch ran? Ja, was ist man... Ja, geh rein. Ah, dumme. Du warst schon du, du bin mir. Dann werden 여러 rof использ. Du was ... Du bist frei, brauchst du GR turbo fooh. tidst du mir vorst du siebern.. Du ruckst 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 du ruckst.. Leute? Ja. Wie gehts das? Zeig dir nicht. Okay. War nix? Nix noch? Okay. Hast du geschossen noch nix? Jetzt grad ne. Aber eben. Eben ja. Okay. Ich glaube einfach das ist Sadek. Hey, es wurde doch schon konfirmt, dass du es bist. Ne. Da hast du noch gesagt, du bist schon tot. Nein. Was in Dome gerufen hat. Nein. Nö. Nein. Nein. Alter. Ja, er war gebannt. Ja, er war gebannt. War noch in der Flamme, oder? Nimm mal diese. Herbst ist so'n scheiß Camper. Oh, noch nicht mal da betraste. Naja, wie wird's denn? Ich hab mich halt hinter dich gestellt und gewartet. Ja. Gewartet. Mit welcher Begründung? Gewartet. Hast du verdächtig vor? Du standst mit der Schatten auf dem Dach und hast runtergezielt. Ja. Ja. Was ist daran nicht verdächtig? Ja, das ist die Frage. Jeder andere ist genauso verdächtig. Was ist daran nicht verdächtig? Alter, so'n Pimmel, ey. Hier, diegel. Meine. Also, Brandgranate. Weg, 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 weg von der Tür. Weg von der Tür. Weiter hört man mit mir auch noch schießen. Wie war das mit den Brandgranaten? Ich hab da irgendwas so'n' Erinnerung. Weg von der Derry. Komm mal her. Aber ich sag's, du nicht. Ja, ich hab auch keine geworfen gehabt. Hattest du gesagt, du hast eine Rauchgranate geschmissen? War's fast? Okay? Okay. 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 Ich verfolge denjenigen, der mich inkratzt. Abschmeißen wieder. Okay. Es hat... Es hat... Oh! Hi. Was machst du denn? Hast du gekauft? Nee, ich hab mich da... Wollte mich da eigentlich reinsetzen. Man kommt noch nicht ganz rein. Achso. Ja, du kannst dich da wirklich reinsetzen eigentlich. Gib mal rein, die. Kann man dir was drücken? Wenn ich sterbe, ist es halt. Wenn ich sterbe, ist es halt. Wenn ich sterbe, ist es halt. Ja, setz dich mal rein. Vielleicht passiert ja was. Ja, nee. Ladies first. Nee. Oh, da draußen läuft jemand. Ich hab Schatten gesehen. Wow! Wow! Der Cadillac ging an mir vorbei und hat Kerze getroffen. Sadek ist es. Sadek schießt auf mich. Sadek? 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 Ist es halt nicht vorbei oder was? Ja, ist halt nicht vorbei, ja? Ja, ich hab' nicht drauf. Hast du gut gezählt. Sadek? Da war' ich drauf, Kahn, was da? Oh, tot! Kein Spaß. Okay. Lol. Das ganze ganze ganze... Oh, ich seh' nichts. Nichts. Alter, BTF, was war das? Discos. 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 Alter, was für ein Arschgesichtler! Das hat irgendeiner an, das sagt keiner was. Ey, Leute! Wenn jetzt jemand das Radio aktiviert, ist Matze tot. Wollte ich doch sagen. Wenn ich sterbe, ist es dumme. Hey! Ich bin gerade fast zu stoppen. Aua, 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 aua. Ich hab auch fast. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Da ist was da drinne ist. Warte, ich zeig's dir. Schatz? Wow. Ja? Guck, das Rajo. Was? Okay, Matze, cross. Nein, die tissen mich! Oh! Oh! Du bist tot. Confirmed. Wenn du schon zu dumm fragst, ne Matze, dann war mir doch schon klar, dass du Tee bist. Ja. Was warst du da? Ich muss sehen, wir warten bis die Flammen weg waren. Ja, die ganze Zeit... Alter, du bist Mimi. So, Matze, du bist Mimi. Ja, bin ich. Ja, bin ich. Aber Mimi ist halt wirklich... Ja, Mimi ist es. Äh, nein, bin ich nicht! Äh, Tommi? Ja. Erzähl keinen Schatz. Alter, Alter! Nee, nicht Alter, Alter. Alter, echt? War doch so klar. Ich musste dritte bleiben. Fünf, die ist wieder. Die MZ war noch gar nicht mal... War nicht mal an. Und sie kriegt sicher dumme im Nahkampf zu töten. Nee, Alter, ich konnte gerade nicht. Hm, konnte gerade nicht. Das war gerade erst zu Ende, du Pissgesicht. Nein, gar nicht. Gar nicht wahr, du Pimmelficker. Hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir. Was soll ich denn sonst? Hinter dir hinter dir hinter dir. Was soll ich denn sonst? Hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir. Kerze ist es, ok. Feuer. Fimmel? Überall Feuer. Oh, Monix? 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 Wat? Bin doch gar nicht da! Wer ist es jetzt? Nein, das ist nicht Monix. Ich weiß. Ich weiß, was er nichts ist. Ich weiß. Ich weiß nicht Monix. Habe ich ja gerade ein Messer gehört. Wow! Auf dem Dach, auf dem Dach! Ist ein Dach. Auf dem Dach hier. Da oben. Direkt vor dir. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Kerze, was? Kerze! Kerze! Sehr schön, Kerze. Sehr schön. Hast du wunderschön gemacht, mein Freund. Alles schön. Alter, du hast tatsächlich einen Pflug mit dem Boomerang erwischt? Du willst mich verarschen? Wow! Was denn, wow? Da hat mich einer mit einem Gauss! Ja! Nice! Wuhuhu! Sie ist die einzige Idee mit dem Boomerang umgehen kann, ey. Wuhu! Nice! Alle anderen helfen ja nur daneben. Alter, das war so geil! Meine Lieblingsflap. Man tun will, ist auch cool. Also Rooftops können wir hier machen. Ich geh mir erstmal hier einen Drink machen. Den hab ich mir jetzt verdient nach dem epischen Finale. Na so effisch war's nur auch wieder nicht. Hatten wir aber nicht gesagt, keine Tau um auf der Map? Das war aber fies Kerze. Ey, sorry! Du warst hier übelst Panik, weil Matze hinter mir steht euch denkt, einfach nur so Hals braut. Ich hab nur gesagt, hinter dir ist ne Brenngranate, mehr hab ich nie gesagt. Achso, ich dachte du hast wegen Matze so rumgeschrien. Nein. Ich hab nur gesagt, dass hinter dir ne Brenngranate ist. Kerze, hast du Glück gehabt, dass ich keine Muni mehr hatte. Als erster Tod. Wenn du so viel daneben schießt? Ich hab also mein Eisfach... ...ne Stunde offen gelassen. Passiert. Hä? Was hast du geschossen? Hast du mit einem Ziegel geschossen? Ja. Warum lässt du deinen Eisfach offen? Das war ja nicht mit Absicht. Ja. Jo, da passiert, kann man... Du wolltest ein bisschen deine Wohnung kühlen, ne?